Die Seiten, die ich mit in die Schweiz nehmen wollte, enthielten, wie bereits angedeutet, Eintragungen, aus denen für eine Reihe von deutschen Firmen zu entnehmen war, dass sie für die deutsche Rüstung tätig sind. Ich hoffte bestimmt, dass mich die Schweizer nicht ausweisen würden, wenn ich ihnen diese Mitteilungen überbringen würde.